»Maklish das ist so alles okay, alles wird gut« »Maklish Habibti«, »weiblich«, »Maklish Habibhi«, »mainlich«. »Mama ist Mama« und »Papa ist Baba« Und zum Beispiel kann man sagen, Mama, Rah, Tiji, Badin. Au, Baba, Rah, Yiji, Badin. Tamam als Frage, tamam, okay. Aber alles okay. Als Frage, geht's dir gut, alles okay, ist Kullo tamam. Und die Antwort ist das Gleiche, Kullo tamam, als Aussage. Kullo tamam. Khalas. Das bedeutet fertig, zum Beispiel bist du fertig, khalas. Aber kann auch bedeuten, hör auf oder mach etwas zu Ende, Schluss, genau. Khalas. Maa salame. Und die Antwort ist maa salame.